Jo Bratans, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht's gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Faust auf 10€ Einsatz Freispiele. Wir starten auf 10€ und wenn es gut läuft, kann man natürlich noch hochstellen. Schade, ich dachte Faust kriege ich. Geräusche Geräusche Nein, wir haben schon mal 4. Ja, ist okay, lief jetzt nicht super gut. Ich versuche trotzdem vielleicht mal ein paar Drehungen auf 20€ zu machen. Vielleicht geht er auch auf 20€ rein. Tatsächlich. J, ok. J, ok. Schade, ein Vögel ist ja geil. Komm schon. Nein, wir haben ja nochmal 4. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man vielleicht dann auf die nächst höhere Stufe stellen. Versuchen wir mal auf 50€. Mal gucken. Ein paar Drehungen kann man machen. Mal gucken. 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 Selbst was 50 Euro noch, krass, gerade als ich geben wollte. Okay, mit Ass. Der Automat ist in Geberlaune, glaube ich, heute. Nochmal 4, geht schon gut ab. Ein Vollbild, das wäre, nochmal 4, geil, aber ein Vollbild wäre so krass. Komm schon, nur ein Vollbild. Schade, schade, aber trotzdem, sehr geile Freispiele, Ass ist immer ein gutes Symbol. Ich kann euch das einmal zeigen hier, 1500, denn es geht mal 5, 7500, wenn ein Vollbild gekommen wäre. So, dann versuchen wir unser Glück auf 100 Euro, würde ich mal sagen. Warum nicht? Wieso sollt ihr nicht nochmal reingehen? Ja. 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 Was ist das? 20.000 euro und ich habe aus dem weg gedrückt heftig 50 freispiel symbol 20.000 euro einfach mal der automatisch wirklich heiß ok 3 sehr gut sehr schön das sind 3.000 euro ich komme noch muss sagen auf die fünf fünf ist es nicht klar die er einfach so geschmissen hat schade gibt doch vier wie oft der 3 gibt also dass mit dem symbol gewinnt man eigentlich nie irgendwas noch mal 3 was ist das für eine geile runde gerade und ich glaube noch alles ungeschnitten weil es wirklich einfach in einer runde war 1000 euro angefangen jetzt schon über 40 einfach so reingestoppte waren da die fünf freispiel symbolen und dann drücke ich sie einfach weg anstatt die party zu genießen und dann und dann und 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 ich glaube der geht noch mal rein was ist hier los alles mit ansage als wir hier hängen geblieben ist weil da war noch ein Mephisto dachte ich schon oh krass schade hätte er mal faust gegeben allein das sind schon 4000 euro mach ein vollbild 15.000 euro nur 1 faust auf jeden fall bestes spiel das hat er mal richtig geisteskrank gegeben schade nicht die welt aber man ich kann mich nicht beschweren was war das bitte für eine geisteskranke runde heute ich glaube ich bleibe weiter drin also der lief so gut warum nicht noch mal ich sag's ja der hört gar nicht mehr auf zu geben heute was ist das bitte schade dass der nicht noch runter gegangen ist aber auch so schon 2000 euro schwieriges symbol mal gucken aber mit dem automaten heute gibt es gar keine schwierigen symbole wenn er den einmal voll macht das wäre so krass aber ist auch okay jede drehung 3 gar kein problem nehme ich liebend gerne mit diesem symbol habe ich nie irgendwas gewonnen aber jetzt auch schon wieder fast 10.000 was ist hier bitte los noch mal drei noch einmal vollbild davon noch mal 12.000 euro heftig welches symbol war das dieses naja sind gleich ja vollbild 15.000 mal fünf oder vier hier auch schon 10.000 euro das ist nicht normal hier auch schon mal So, bis 55 bleibe ich noch drin, dann reicht es doch, glaube ich. Viel besser wird es wahrscheinlich nicht mehr. Aber, das habe ich vorhin schon gesagt, der Automat hat mich immer wieder überrascht. Also, mal schauen. Falls euch das Video gefallen hat, unbedingt Kanal abonnieren, Video-Daumen hoch geben. Es kommen noch viel mehr Novoline-Videos. Jeden Tag kommen zwei Stück, immer 15, 19 Uhr. Gerne Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Es können echt geisteskranke Gewinne dabei sein. Aber für alle, die immer wieder schreiben, dass ich nur Gewinne, glaubt mir, man verliert immer viel, viel mehr. Das ist ja völlig klar. Gut, das war's für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.